Ein langer Arbeitstag – Geschäftsbesprechung mit feuchter Windel Seitdem Carla Marie den Schutz der Windel und damit die Lösung für ihre Drangenkontinenz gefunden hat, fühlt sie sich unendlich befreit. Inmitten des Meetings trinkt sie zum ersten Mal unbeschwert Kaffee und lässt es, während sich die Blasen der Kolleginnen und Kollegen ringsum füllen, entspannt in die nasser werdende Diaper laufen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de